FUG FALSES TEXTURENPEG FUG FALSES TEXTURENPEG FUG FALSES TEXTURENPEG FUG FALSES TEXTURENPEG FUG FAMES TEXTURENPEG FUG FALSES TEXTUREN推ft FUG FALSES TEXTURENPEG Vor allem ist das blöd, wenn man hier nur am Stein abbauen ist. Ja, in der letzten Folge habe ich mich ja gewundert, warum die Spitzhacke auf einmal so schnell weg war. Und, oh mein Gott, das war voll mysteriös und so. Ja, ich habe mir eine Goldspitzhacke statt eine Eisenspitzhacke gebaut. Das war das einzige Problem. Ja, ich verwechselte hier mit dem Texturenpack Gold und Eisen noch ganz schön. Aber naja, da gewöhne ich mich auch irgendwann dran. So, kaputt. Hochmensch haben wir, glaube ich, nicht. Dann, warum ist das so noch schnell? Kann man eigentlich auch aus bemosten Steinen Dings machen? Ich weiß es gerade gar nicht. Habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert. Ne, geht nicht, okay. So, so, so. Ja, sieht tatsächlich so aus. Na gut. Ja, ich bin der Meinung, dass ich irgendwas erzählen wollte. Achso, ja, genau. In den letzten Tagen, in den letzten drei Tagen, hatte ich ja die letzten Folgen, die finalen Folgen von dem Let's Play Together von Mescalada Samir hochgeladen. Ähm, ich hoffe, das war in Ordnung, dass die drei Tage nur das kamen. Das war halt unter anderem einfach, weil ich halt auf diesem Familienfesttag und Nacht war und da habe ich halt im Voraus hochgeladen und das halt, das kann man als Partner dann angegeben, wann das veröffentlicht werden soll. Weil das ging ganz gut und da ich halt keine Zeit zum Aufnehmen hatte, habe ich das halt so gemacht. Ja, und mich würde es mal interessieren, wie fandet ihr das Let's Play Together Projekt? Würdet ihr euch da ein neues wünschen? Ähm, ich bin ehrlich gesagt nicht so der Fan von Let's Play Together. Es ist ja an sich, naja, es ist schon was anderes als alleine spielen. Ich meine, da hat man jemanden zum Unterhalten, muss nicht alles selber unterhalten und kommen mal lustige Sachen draus. Ähm, ja, würde mich interessieren, ähm, ich könnte mal den Lord Toad LP, also Stefan, früher Magical Real Life, ähm, fragen, ob der Bock hat. Ich weiß nicht, mit dem ist es auch mal lustig. Können wir vielleicht sowas mal angehen. Ähm, nee, es ist nur so eine spontane Frage, ich, bei mir ist das eh immer so, wenn ich euch jetzt was frage in den Kommentaren oder so, dann ist das immer eine Überlegung von mir, das ist jetzt nichts, was ich jetzt festlegen will. Das, ich, mich interessiert einfach mal eure Meinung dazu. Und, ja, das würde mich einfach mal interessieren und so kann man halt auch dann für später mal die Sachen planen. Und so weiter. Ja. Stein, 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 wenn wir das haben, dann werden wir das gleich verarbeiten. Und dann, ich freue mich schon, wenn die Festung recht ausgebaut ist. Ich weiß nicht, ob wir das hier bei der Let's Scare Folge, oder bei den Let's Scare Folgen machen, dass wir da noch so eine Art, wie nennt man das, wenn man da noch so Half Steps an die Mauer baut von innen, dass man da so drauf rumlaufen kann. Ich weiß nicht, wie sich das nennt. Ähm, wo war denn das? Ich hab meine Festung verloren! Ach, da hinten, okay. Puh. So. Ja. Ah ja, nur unten Eingang muss man auch noch reinmachen. Wäre an sich geil, wenn, äh, der Zombieland-Mod so ne Mischung zwischen Tale of Kingdoms wäre und, ja, Zombie-Mod halt. Ähm, weil dann könnte man sich hier Leute anhören, die einen dann vor den Zombies beschützen und so und sich da halt sowas aufbauen und so. Ah, das wär geil. Das wär geil. Ja, aber geht leider nicht. Schade. Ach, ja. Ja, aber ist schön. So. So, 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 so. Schade. Ja, das muss auf jeden Fall 4 hoch. Ich meine, theoretisch können die Monster da jetzt nicht hoch, wenn's 3 hoch wäre. Aber man fühlt sich einfach sicherer. Und es sieht so klein aus irgendwie. Das sieht noch nicht richtig nach Festung aus, das sieht nach, weiß nicht, ne? So. Die zwei Steine scheißen wir jetzt mal. So. Ja, und jetzt bauen wir alles nochmal ein Zür, würde ich sagen. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Das ist ja jetzt schon die vierte, oder? Ich glaube, ja. Ja. So. Äh, so, ja. Nein, das war falsch. So, hier, eins, zwei, drei. Dann hier hoch. Nein. Ich hasse es, wenn ich mich verbaue. Okay, langsam wird's knapp. Ich denke, ganz schaffen wir es nicht. Nee, definitiv nicht. Ja, das war's auch schon. Okay. Na gut, dann müssen wir in der nächsten Folge nochmal Stein holen. Ich meine, aber dann haben wir's. Ja, sieht schon wesentlich besser aus mit vier. Vier hoch. Ja, okay, dann müssen wir das halt noch alles mit Fackeln ausbauen. Am besten vielleicht noch einen Weg, ein paar andere Häuser für spezielle Tätigkeiten. Und, ja. Gut, naja, warum nicht? Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und, ja, haut rein, lass klacken. Und bis dahin. Ciao. Oh, mir fällt gerade auf, ich hatte die ganze Zeit auf. Friedlich? Ah, scheiße. Scheiße, das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Na, peinlich. Äh, ja, tut mir leid, das war keine Absicht. Ähm, naja, okay. Ich glaube, hier werden eh nicht viele Zombies gespawnt jetzt. Alles klar, ja, dann für den nächsten Part. Na, dann spiele ich wahrscheinlich eh wieder das andere aus. Alles klar, ich würde trotzdem sagen, ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein, lass knacken. Und bis dahin. Ciao.